Hallöchen, ihr Barnausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Victory at Sea Pacific. Wir spielen weiter und müssen natürlich gegen die Japaner-Skill ankommen hier und du greifst bitte die U-Boote an, diesmal. Denn du schaffst es nicht. Äh, hab ich jetzt angreifen? Danke. Die zwölfte Kampfgruppe bitte zurück. Da ist Hawaii, was ist das? 5 U-Boote. Oh je. Aber das könnten wir machen. Wenn wir sie kriegen. Das ist halt die Frage. Ob wir sie kriegen. Warum ist der eigentlich fast kaputt? Was? Eine Beringsee, will sie verarschen. Da habe ich noch nichts. Da oben. Gefecht. So, das erste Gefecht. Und wir kämpfen, glaube ich, gegen U-Boote. Wenn ich mich recht erinnere. Wir haben Torpedobomber. Das müssten U-Boote sein, ne? Ja. So, wir brauchen die Zerstörer. Was ist denn für ein Flugzeug? Das muss ich. Ich greife das mal an. Wie reicht denn das an? Wie greift das an? Das ist wieder. Wir fliegen gerade zurück, glaube ich, oder? Die müssen wir auf jeden Fall lang machen, die U-Boote. Brauchst du es, was ich wolle. Die müssen wir lang machen. Dann haben wir auch mehr Aufklärer? Eigentlich? Da kommen sie. Die Bombas. Bumm. Da ist der erste U-Boote platt. Da kommen sie. Ich glaube, den schicke ich noch da drauf. Den schicke ich noch da drauf. Und den auch. Oder? Ka-wumm. Und nächstes U-Boote weg. Klatsch. Nächstes U-Boote weg. Oh, der war knapp. Der war knapp. Der war knapp. Ich höre schon, wie der Flieger. Wovon die eigentlichen? Guck mal, ja. Ihr Würstchen. Da kommt ein Flieger. Ein Devastator. Also ein Torpedojäger. Torpedo-Bombe. Noch gucken, wo die wir da sind. Ja, wo sind sie denn? Ja. Ja, wo sind sie? Da. War eins. Ja, toll. Da kann ich jetzt aber gerade nichts dran ändern, weil ich bin gerade noch die U-Boote da machen. Freunde. Da war eins. Angreifen. Da kommen sie. Hallo, ihr kleinen Torpedos. Rums, 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 rums. Hey. What? Warte mal, du bist doch hier, ne? Geh mal da, angreifen. Bester. Bester. Da war noch ein Zerstörer. Da sind sie. Ja. Ja. Richtig. Dich. Bester zerstört. Da ist er. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. So. Dann haben wir die schon mal lange gemacht, die U-Boote. Der hat jetzt 5 U-Boote verloren mal eben. Also das ist schon teuer, eigentlich. Kommt gut, natürlich. Tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. ein schlachtschiff auf jeden fall kreuzer und das kostet jetzt 45 für den nächsten so haben wir die schon mal lang gemacht ich will aber eigentlich einen hafen haben da sind zwei kreuzer von der royal navy so wird aussieht ich will makino toll und die ganz noch haben definitiv wenn wir uns auch noch gönnen wake island werde ich mir auch noch gönnen aber acht muss erstmal reparieren du musst die u-boote da platt machen hier ist auch noch einer von uns hier war ja was unterwegs tatsächlich vorhin zwölf ist unterwegs runter eins ist auf dem weg zu den u-booten da okay mehr island die sind alle da aber das ist noch san diego das werden wir auch zusammenpacken dann aber noch ein flugzeugträger dabei kommandorski verteidigungsstrom gefecht starten ach so kann ich mir den auch schießen kann man nicht nur torpedoboote hier sind relativ wendig normalerweise die torpedoboote und jetzt mit zwei schiffen vielleicht zwei leuchte kreuzer wird können die schießen war nicht beachtlich tatsächlich also es geht ohne entfernung und damit zu leicht ist als erstes ohne linienformation dort meine ich nämlich was war nicht war nicht war nicht war nicht habe ich gesagt ich soll euch bewegen eigentlich schon hier soll ich alle bewegen oh wow der hat nur einen schuss will sie mich verarschen ein schuss wow da hätte ich mir vorher gewusst aber da war es ja gar nicht nah dran das so weit wir schießen können da bringt mir jetzt nur nichts kann ich nichts mehr dran ändern jetzt gerade in der Beringsee da kann ich jetzt nichts drinnen ach ich wollte doch gar nicht gefecht mann auf ja ich weiß dass sie angegriffen werden habe ich aber jetzt nichts von amphibischen angreif ernsthaft oh je da kommen langdimmtschiffe oh mein gott bringt mir noch nicht viel weil ich bring mir sowieso nichts was würde ich dagegen machen die machen dann sowieso schön lang also die Öltanks platt bringt mir nix kann ich sowieso nicht gegen jetzt gerade eigentliche flotte bei tarawa zerstört was was die johnston atoll im leben nicht das sind Uboote glaube ich oder Ja, müssten das sein. Keine Ahnung, wo die jetzt sein sollen. Ich weiß nicht, wo die sein sollen jetzt. Oh, die Mini-Insel hier. Das ist die Frage. Ich weiß nicht, wo die sein sollen. Die U-Burte. Ich finde die sowieso nicht. Ich kann sowieso nicht Kini ausrichten mit den Torpedo-Bohnen. Also sowieso drauf geschissen. Ich kann höchstens hoffen, dass die Kampfgruppe 1 da noch reinkommt. Pünktlich. Die Schiffe wurden bei Hawaii gesichtet. Und wieder U-Bote. Wo ist denn? Ach da. Kampfgruppe 8 ist hier. Ja, gehen wir angreifen. Ach so, ich muss noch. San Diego Werft. Ich muss noch den Dingens aufhören. Sehr gut. Oh, die Zerstörer sind schon fertig. Sauber. Jo. So. Guck mal. Haben wir schon zwei Stück. Mach die mal bitte zusammen. Danke. So. Was ist jetzt mit Kampfgruppe 1? Ist auf dem Weg. Da hinzukommen. Oder ich hole mir die 17 jetzt. Da sind sie. Die U-Boote. Okay. So. 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 Da. Vielen Dank. So, Gefecht starten. So, die werden wir jetzt mal lang machen. Ganz dezent. Wir haben Aufklärer nur, ne? So, das ist nicht so schlimm. Aber wir haben auch Zerstörer bei. So, das ist nicht so schlimm. So, da sind sie. Ja wow. Ich bin aber gar nur U-Boot am suchen. Ja, wo sind sie? Da. Da sind sie. Ich habe sie gesehen, Freunde der Sonne. Und wo seid ihr? Da sind sie. Da ist sie eins. Warum tauchen die denn so ab? Die Pimmel. Da hat der getroffen. Jawoll. Sehr gut. Ja, toll. Das ist leer. Ja. 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 Ich glaube eins habe ich, aber ich weiß nicht wo das andere ist. Da. Hol's dir. Da. Hol's dir. Dann bist du aber mal da. Äh. Warte. Kampfgruppe 1. Und du wirst sie. Nein. So. Jetzt haben wir hier oben noch ein Gefecht gehabt. Und. Ach so haben sie schon fertig. Okay. Keine Wasserbomben mehr. Ja, das weiß ich. Gut. Dann würde ich aber sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst ein Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer bis zum nächsten Mal zu einer Runde. Victory at Sea Pacific. Tschüssingen.